Wir starten unseren Urlaubstag ganz entspannt, am Strand. Denn auch den gibt es hier im Ruhrgebiet, wie zum Beispiel am Chemnader See. Hier ist das Stranddeck, wo es Cocktails gibt, aber auch die gute alte Currywurst. Das Beste aus zwei Welten. 1500 Quadratmeter feinster Sandstrand und echte Palmen sorgen auf dem Strand der Chemnade für echte Urlaubsstimmung. Hier könnt ihr entspannt im Liegestuhl die Seele baumeln lassen und kühle Drinks und Cocktails genießen. Die Strandküche bietet zudem frische Snacks und leckeres Essen vom Grill. Am Nachmittag werden auch frische Waffeln zum Kaffee angeboten. Wer es gerne sportlich mag, vergnügt sich am besten auf den beiden hauseigenen Beachvolleyballfeldern. An den Wochenenden verwandelt sich das Strandcafé in einen Beachclub. Nach Sonnenuntergang sorgen angesagte DJs für den passenden Soundtrack zum Sommer. In unmittelbarer Nähe zum Stranddeck befindet sich der Chemnader See, der sich unter anderem für Bootstouren anbietet, aber auch viele Rad- und Wanderwege umgeben den Ruhr-Stausee. Wer es sportlich mag, kann auch auf Inlineskates eine Runde um den See drehen. Die Wege sind betoniert. An einem ereignisreichen Tag am Wasser sollte also nichts mehr im Wege stehen. Das war ein kurzer Ausschnitt aus unserem Urlaubsvideo aus dem Ruhrgebiet. Wenn ihr noch mehr Urlaubstipps haben möchtet, dann schaut doch mal da unten. Und ich sage Holiday, lasst einen Daumen da, schreibt einen Kommentar. Celebrate! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017